Klassiker unter den schlimmsten Musikstücken hier im Orchester, das war ganz klar. Das ist ein Stück mit dem schönsten Namen. Der Kuss. Voll Liebe. So ein bescheuertes, sinnloses Walzer-Liebes-Scheiß-Ding. Äh, nee, nicht nochmal, bitte. Es tut mir leid, Herr Smetana. Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber es war Lorenz von Arabien. Das weiß ich noch. Alle Stücke von Maschinenträumen, weil da habe ich nie geübt und ich glaube, der Martin Lüttke, der wollte mich da nur noch umbringen. Definitiv zurück in die Zukunft, da hat man eher mehr zugeschaut als mitgespielt. Die Passacaglia von Meier von Bremen, weil ich da in den ersten drei, vier Wochen nach dem Probe immer Kopfschmerzen hatte. Wie ist das nochmal irgendwie? John Adams, Fast Ride und Short Machine. Short, Fast Machine, Fast Ride, eine Short Machine oder so, ich will gar nicht mehr dran denken, es war so schlimm. Sowohl zum Proben als auch zum Spielen. Fällt mir nicht ein. Es gibt mehrere, denn es betrifft einen Komponisten und der heißt Strauß. Das andere ist mein ganz persönliches Hassstück, Roter Donner und Blitz. Aber sowas muss man nicht spielen. Es ist schrecklich. Die Pizze Katapolka ist immer wieder ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Dann bin ich direkt mittendrin in einem André-Rieu-Konzert und es ist einfach nur furchtbar. Halt, einzig, der Kuss. Das Shortest Stück, was wir jemals gespielt haben. Nee, das toppt alle beide. Der Kuss. Meine super Lieblingsmelodie. Passt auf. Auf diese Steine können sie bauen. Auf diese Steine können sie bauen. Meine Lieblingsmelodie. Lautet Short ride in a fast machine. Der Higi steht da ganz besonders drauf. Der ist immer total gerne gespielt. Ich fand sie super. Schöne Melodie war das. Junge mein Alf descrição. Gün些 Die Jungfrau employee l block Abu 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 Abuawi. Vielen Dank.